Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den panneuropäischen Zerstörer auf Stufe 5, die Westerroas am Start. Dort schauen wir uns natürlich alles genau an, welche Module ich nutze, welche Verbesserungen ich verbaut habe. Dann gucken wir uns die Verbrauchsmaterialien an, die Werte, vergleichen diese mit anderen Zerstörern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch mal direkt bei den Modulen an. Dort nutze ich Zielsystem Mod 1, um einfach die Streuung der Hop-Batterie zu verbessern. Außerdem verbessern wir auch die Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer. Alternativ könnte man aber auch Flakgeschütze Mod 2 nutzen, um die Reichweite etwas zu erhöhen. Im zweiten Slot nutze ich Antriebs Mod 2, um einfach schneller zu beschleunigen. Alternativ könnte man aber auch Steuergetriebe Mod 2 nutzen. Allerdings hat das Schiff schon eine überdurchschnittlich gute Ruderstellzeit. Deswegen habe ich mich hier für Antriebs Mod 2 entschieden. Und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Dann haben wir noch den Motorboost mit zwei Aufladungen, welcher die Höchstgeschwindigkeit um 8% verbessert. Und zu guter Letzt noch die Reparaturmannschaft mit zwei Aufladungen, welche über 10 Sekunden je 120 Trefferpunkte wiederherstellen kann. Das wären 1200 Trefferpunkte pro Aufladung. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Zerstörern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 19 Punkte. Trefferpunkte sind 12.100, was auf jeden Fall schlecht ist für die Stufe. Plus die zwei Reparaturmannschaften. Wenn wir das nochmal oben drauf rechnen, also bis zu 2400 Trefferpunkte, dann wären wir auf jeden Fall leicht überdurchschnittlich. Aber diese muss man natürlich auch erstmal vollständig nutzen können. Panzerung sind 7 bis 16 Millimeter. Dort schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal schnell die Panzerungsgruppen an. Aber auf jeden Fall nichts wirklich Außergewöhnliches zu erwähnen. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 21 Punkte. Und bei der Hop-Batterie haben wir 3x2 120 Millimeter Geschütze mit einer Feuerreichweite von 10,4 Kilometer, was leicht unterdurchschnittlich ist. Einer Ladezeit von 7,5 Sekunden, was auch ein relativ schlechter Wert ist für die Stufe. Dauer für die 180 Grad Drehung sind 22,5 Sekunden, was mehr oder weniger im Durchschnitt liegt. Die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 1600 bei einer 7%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der AP-Granaten-Höchstschaden liegt bei 2200. Damit haben wir leider eine unterdurchschnittliche Hop-Batterie für die Stufe. Leider in allen Belangen, sowohl beim HE als auch beim AP-Schaden pro Minute. Und auch die Feuerstarter-Qualitäten sind auf jeden Fall unterdurchschnittlich. Bei den Torpedos haben wir 2x3 533 Millimeter Torpedos mit einer Ladezeit von 59 Sekunden. Was auf jeden Fall eine sehr gute Nachladezeit ist für die Stufe. Dauer für die 180 Grad Drehung ganz normal 7,2 Sekunden. Höchstschaden liegt bei 7533, was auf jeden Fall ein schlechter Wert oder ein sehr, sehr schlechter Wert ist für die Stufe, muss man schon sagen. Torpedo-Erkennbarkeit zur See sind 1,4 Kilometer, was auch leicht unterdurchschnittlich ist. Torpedo-Reichweite allerdings 10 Kilometer, was auf jeden Fall ein sehr guter Wert ist. Und die Torpedo-Geschwindigkeit sind 65 Knoten, was auch überdurchschnittlich ist für die Stufe. Damit haben wir aber auch keine wirklich sonderlich guten Torpedos. Gerade beim Torpedo-Schaden pro Minute ist dieses Schiff auf jeden Fall ziemlich schlecht. Einfach weil wir natürlich nicht viele Torpedos haben und auch nicht wirklich hohen Schaden. Bei der Flugabwehr haben wir 20 Punkte und dort haben wir 2x1 25 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 6 und einer Reichweite von 2,5 Kilometern. Und noch 3x2 40 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 33 und einer Reichweite von 3,5 Kilometern. Damit haben wir eine etwas überdurchschnittliche Flugabwehr für die Stufe. Allerdings ist der Schaden natürlich dennoch nicht wirklich enorm und es dauert schon einige Zeit, um Flugzeuge runterzuschießen. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 91 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 38 Knoten, was sehr sehr schnell ist für die Stufe. Wendekreisradius sind 590 Meter, was etwas besser ist wie der Durchschnitt. Und die Ruderstellzeit auch etwas besser wie der Durchschnitt mit 3 Sekunden. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 92 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 6,6 Kilometer, was genau im Durchschnitt liegt. Erkennbarkeit zur Luft etwas besser wie der Durchschnitt mit 3,2 Kilometer. Garantiert der Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuer und im Nebel ist auf jeden Fall auch überdurchschnittlich gut mit 2,3 Kilometern. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Jersey Swirsky mit der Basisfähigkeit Versteckspiel. Und geskillt habe ich einmal Kontakt steht unmittelbar bevor. Prüfender Blick, den nutzen wir aufmerksam. Diffuse Benommenheit als legendären Skill. Unaufhaltsam. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal Erich Bay, um noch einen besseren Tarnwert zu erzielen. Und den William Sims, um noch einige Trefferpunkte dazu zu bekommen. Das wären hier in diesem Fall 2.000 bei unserem Level, was natürlich schon sehr hilfreich ist. Alternativ ist aber auch der Deng Shishang eine starke Inspiration für dieses Schiff. Hier können wir nochmal den Tarnwert weiter verbessern und nochmal den Torpedoschaden nach vorne drücken. Ich bleibe aber bei dieser Skillung und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gameplay. Okay, so wir sind im Gefecht auf der Karte Ring im Herrschaftsmodus. Mit dabei der Tactic Angel in der Prinz Angel Friedrich. 4er, 5er Gefecht haben wir hier erwischt. 3 Zerstörer, 4 Kreuzer, 2 Schlachtschiffe in der Runde. Und ja, starten hier auf der A Seite. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Torpedo-Reichweite ist natürlich sehr, sehr gut. Ich bin jetzt schon bis ans Ende von dem A-Punkt vorhaben. Torpen und das machen wir hier auch direkt, falls ein feindlicher Zerstörer dort reinfährt. Aber auch hier, wie ihr gesehen habt bei den Werten, natürlich das Schadenspotenzial der Torpedos sehr, sehr gering. Schlechter Höchstschaden und auch miserabler Torpedo-Schaden pro Minute. Da brauchen wir auf jeden Fall einige Torpedo-Treffer und auch Glück mit Flutungen, um dort gut Schaden mitzumachen. Gucken wir mal, dort haben wir erstmal eine Emil entdeckt. Sind jetzt hier auch geortet. Arizona dort auch. Okay, wir haben auch eine Doppel-Zerstörer-Division im Gegner-Team. Könnten die beiden Spieler hier sein. Und da haben wir auch schon den ersten feindlichen Zerstörer entdeckt. Und es ist die Division, das heißt hier irgendwo müsste auch noch eine Gede sein. Die sind hier auf jeden Fall auf den Gegner. Torpedos haben wir auch mal rausgeworfen. Versuchen aber jetzt hier ein bisschen wieder wegzufahren, weil uns fehlt natürlich die Nebelwand, um dort zuzugehen. Das heißt, wir müssen versuchen Distanz zu generieren, um einfach es für die Gegner schwieriger zu machen. Gut treffen und haben auch mal direkt unsere erste Heilung genutzt. Wir konnten aber auf jeden Fall wenigstens 6000 Schaden knapp machen gegen den feindlichen Zerstörer. Selber haben wir 2.500 plus eine Heilung verloren. Wir versuchen jetzt hier auch nochmal ein bisschen auf die Emil zu schießen. Wir spielen außerdem auch immer ein bisschen mit unserer Geschwindigkeit, immer vorwärts, rückwärts. In Kombination mit den aktiven Motorboosts macht es natürlich das schwierig für die Gegner, uns dann zu treffen. Wir sind hier aber auch fast auf maximaler Reichweite unserer Hauptbatterie, dementsprechend können wir dort leider nicht wirklich mehr gut treffen. Ich hoffe, dass unser Team hier die Emil vielleicht rausnimmt. Hier mal die Torpedos raushauen. Dort ist auf jeden Fall auch die Gede, die jetzt auf uns schießt. Aber ich würde fast sagen, wir lassen es hier erstmal gut sein. Haben auf jeden Fall hier die Gegner auf jeden Fall gut aufgehalten. Emil umgedreht. Einer Zerstörer ist abgehauen. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt hier Richtung A zu fahren. Leider auf der anderen Seite die Britannia. Und zwei von unseren Kreuzern rausgenommen. Das ist natürlich kein guter Start bei der D-Seite. Wir werden aber jetzt erstmal Richtung A fahren. Versuchen das A-Cup für unser Team einzunehmen. Verlieren jetzt auch noch die Fahrer gut auf der D-Seite. Also leider unser Team auf der anderen Seite komplett verloren. War dort auch leicht in Unterteil. Dadurch, dass wir noch zwei Schiffe direkt in der Mitte bei C haben. Ich weiß nicht genau, ob die dort überhaupt Möglichkeiten haben zu schießen. Gut. Aber der Zerstörer hatte die gleiche Idee wie wir. Dementsprechend gehen wir hier wieder in den Kampf. Wir konnten den Motor rausschießen immerhin. Wir haben hier leider natürlich auch keine wirklich überragende Hopp-Batterie. Klar, wenn man trifft, macht es schon gut Schaden. Aber die Nachladezeit ist halt wirklich sehr, sehr langsam. Konnten zwar jetzt hier den einen Zerstörer rausnehmen. Aber das hätten wir mit einigen Zerstörern auf der Stufe noch mal deutlich schneller erledigen können. Außerdem haben wir hier auch Torpedos getroffen. Ich glaube zwei Stück sogar. Leider dort keine Flutung gemacht. Dadurch, dass der Höchstschaden natürlich auch so gering ist, ist halt auch die Flutungswahrscheinlichkeit geringer, weil das immer abhängig vom Höchstschaden quasi gerechnet wird. Dementsprechend wird man hier auf jeden Fall auch bei den pan-europäischen Zerstörern häufiger leider Treffer ohne Flutung haben. Die Arizona hat dort Glück gehabt, weil es wäre auf jeden Fall eine permanente Flutung gewesen. Hatte vorher das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Nicht von uns, aber unser Team hat dort Brände gemacht. Und ja, es wird auf jeden Fall ein schwieriges Gefecht hier. Jede nimmt hier gerade das A-Cab ein, hat sich auch genebelt. Wird vermutlich das Sonar anhaben. Dementsprechend dürfen wir auf jeden Fall nicht zu nah an den Nebel ran, weil dann werden wir durch Sonar aufgemacht. Er sieht uns, wir sehen ihn nicht. Arizona kann davon schießen. Und unsere Trefferpunkte sind wahrscheinlich schnell dahin. Dementsprechend müssen wir jetzt erstmal vorübergehend der Gede das Cap überlassen. Warten, bis seine Verbrauchsmaterialien abgelaufen sind oder er vielleicht sogar den Nebel verlässt. Fahren hier auch so vorsichtig rückwärts. Okay, verlässt hier sogar den Nebel. Sehr gut. Haben hier auf jeden Fall den besseren Tarnwert. Aber Gede hat natürlich auch einiges an Trefferpunkten. Treffen hier nochmal relativ solide. Ja, gerade wo wir das Blindfire gemacht haben, wurde er wieder aufgeklärt. Wir treffen hier nochmal drei Granaten. Nehmen jetzt hier gemeinsam mit unserem Kreuzer aber das A-Cab ein. Und ja, auf der anderen Seite haben wir jetzt auch mittlerweile das letzte Schiff verloren. Also vier Schiffe haben wir auf der anderen Seite verloren. Ich weiß nicht, unser Team konnte ich glaube zwei versenken. Die Gede ist aber jetzt draußen mithilfe der Leander. Und sind jetzt hier sogar ein Schiff vorne, immerhin. Aber punktemäßig ist das natürlich alles ultra knapp. Dadurch, dass das Gegner-Team eine längere Zeit die ganzen Cap-Punkte hatte. Und jetzt ist es so ein bisschen fraglich, was wir machen. Wir haben zwei Optionen. Wir versuchen jetzt einfach weiterzufahren, das B-Cap zu holen. Oder wir drehen um und versuchen halt das C-Cap zu verteidigen. Weil das Gegner-Team wird sicherlich das C-Cap im Auge haben. Das ist relativ klassisch auf der Karte, dass man dort quasi einmal so im Kreis fährt. Okay, da ist die Emil, die wir vorhin auch schon bekämpft haben. Hat halt wirklich nichts mehr im Leben. Sollte hoffentlich auch relativ schnell rausgehen. Und ja, wir haben auf jeden Fall richtig hart hier für unseren Schaden gearbeitet. Wir haben in Anführungszeichen nur 38.000 Schaden gemacht. In 8 Minuten Spielzeit. Das ist halt nicht viel, weil einfach diese an europäischen Zerstörer auf den unteren Stufen. Oder auch jetzt hier auf Stufe 5. Einfach nicht wirklich das Potenzial haben. Auch wenn wir hier wirklich einen guten Job gemacht haben. Okay, die Britannia interessanterweise fährt sogar auch zum Verteidigen zurück. Ich habe mich jetzt hier auch mit dem Taktik abgesprochen, dass er auf jeden Fall mit dem Schlachtschiff zurückfährt Richtung C. Dass er da versucht zu verteidigen. Aber das wird hier auf jeden Fall noch eine ganz enge Sache. 4 gegen 4. Gegner-Team hier knapp 100 Punkte in Vorsprung. Wir hauen hier mal Torpedos Richtung Britannia raus. Das ist ein Fächer. Die Ochotnik, die feindliche, ist mittlerweile im C-Cap. Das Gute ist natürlich, dass eine Ochotnik nicht unbedingt gut die Torpedos aus der Tarnung nutzen kann. Dementsprechend wird er dort, falls er den Taktik auf der anderen Seite angreift. Definitiv auch aufgeklärt. Erster Torpedofächer leider vorbeigegangen. Aber wir konnten uns jetzt hier das Cap holen. Und ich würde auch sagen, wir nutzen jetzt hier unsere Hop-Batterie, um Brände zu machen. Das gelingt uns hier auch direkt. Ich hoffe, er nutzt das Schadensbegrenzungsteam. Macht er auch direkt. Angst auf die permanente Flutung hier eventuell. Falls das Schadensbegrenzungsteam nicht noch läuft. Leider keine permanente Flutung auch hier bekommen. Wir hauen aber direkt den nächsten Torpedo raus. Eventuell war halt das Schadensbegrenzungsteam noch aktiv. Deswegen muss es jetzt nicht unbedingt an den Torpedo-Schaden, Höchstschaden gelegen haben, dass wir dort Pech hatten. Aber ich hoffe, dass der nächste Torpedofächer sitzt und dann die permanente Flutung macht. Weil die brauchen wir hier auf jeden Fall. Mittlerweile ist es ein 3 gegen 3. Treffen hier wieder zwei Torpedos und wieder keine Flutung. Das ist natürlich ultra bitter. Schadensbegrenzungsteam war definitiv nicht mehr auf Cooldown. Und er hat es auch nicht einsatzbereit. Das wäre auf jeden Fall eine permanente Flutung gewesen. Die die Bretagne das Leben hier relativ schnell gekostet hätte. Aber wenigstens zwei Brände bekommen. Macht auch ein bisschen was am Schaden. Die Leander hilft uns hier mittlerweile. Diesmal konnte er den Torpedos ausweichen. Zumindest unseren Torpedos. Die Leander hat dort mit den anderen Torpedos getroffen. Und wir konnten die Bretagne rausnehmen. Aber die Punkte sehen halt immer noch nicht entschieden aus. Das Gegnerteam hier mit zwölf Punkten Führung. Und es kommt jetzt sehr sehr darauf an, wie es da hinten beim Taktik gegen die Ochotnik rausgeht. Er muss auf jeden Fall versuchen die Ochotnik rauszunehmen. Schafft er auch. Sehr sehr schön. Die Frage ist halt noch, ob er gleich Torpedos kassiert. Aber selbst wenn er jetzt Torpedos kassieren sollte, wenn ich jetzt das D-Cap noch für unser Team hole, sollte es von den Punkten her auf jeden Fall gut für uns aussehen. Die Torpedos sind aber auch vorbeigegangen. Dementsprechend konnte der Taktik hier überleben. Sehr geil. Jetzt ist nur noch die feindliche Nürnberg übrig. Wir haben auch wirklich alles an Verbrauchsmaterialien in der Runde genutzt. Hart gearbeitet. 17 Mal das Cap verteidigt. Denn ein Solo Cap geholt. Eine Eroberung unterstützt. Und eventuell holen wir hier sogar noch das nächste Cap. Je nachdem wie lange die Nürnberg hier noch am Leben ist. Leider viel Pech gehabt, was die Flutungen anging in der Runde. Sechs Torpedotreffer. Keine Flutung. Hätten wir dort Flutungen bekommen, wären es permanente gewesen. Und das hätte natürlich nochmal ordentlich Schaden gemacht. Aber nichtsdestotrotz sollte die Nürnberg jetzt hier rausgehen. Großkaliber gab es jetzt hier auch noch. Mit dem nächsten Solo Cap. Also definitiv ein Zerstörer, der auch ähnlich wie der 3er und 4er eher unterdurchschnittlich stark ist für die Stufe. Man muss halt richtig, richtig hart arbeiten für gute Runden. Weil man halt sowohl bei der Hop-Batterie als auch bei den Torpedos nicht das höchste Potenzial hat. Und auch die Trefferpunkte sehr gering sind. Keine wirklichen Verbrauchsmaterialien hat, die einem in den meisten Situationen weiterhelfen. Von daher ist es halt schon ziemlich hart mit den pan-europäischen Zerstörer hier. 79.000 Schaden wurden es in der Runde mit 147 Zieltreffern. Sechs Torpedotreffer. Sechs Ausfälle gemacht. Ein Schiff zerstört. Fünf Brände. 17 Mal das Cap verteidigt. Bei Solo Caps. Dann haben wir noch eine Eroberung unterstützt. Sechs Schiffe aufgeklärt. Und dann gab es noch Großkaliber. Großkaliber. Gucken uns hier auch das Teamergebnis an. Auch eine klasse Runde hier vom Taktik. Sehr, sehr schön. 3.100 Basis-EP von uns. Das ist natürlich schon ordentlich. Das kann sich sehen lassen. Aber wir mussten auch richtig, richtig hart dafür arbeiten. Und im Gegnerteam wie Nürnberg, Ochotnik und auch Britannia. Alle drei gut gespielt. Gucken uns nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. 327.000 Kreditpunkte Profit gemacht hier. Ohne Booster. Und dann gab es noch einiges an Erfahrung. So Leute. Das soll es auf jeden Fall auch mit der Schiffsvorstellung vom Pan-Europäischen Zerstörer auf Stufe 5 gewesen sein. Leider immer noch kein Schiff, was wirklich ultra gut oder sowas ist. Also man muss wirklich sehr, sehr hart für gute Runden arbeiten. Oder auch das Quäntchen Glück haben. Gerade wenn es um Flutungen geht. Dort muss man dann auf jeden Fall wirklich in den richtigen Momenten die Torpedos treffen. Und dann auch noch das Glück haben, dass Flutungen kommen. Um dort wirklich gut Schaden machen zu können. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.